Okay, aber wie komme ich denn hier weiter? Achso, ja, ich kann ja hier runter und dann einfach lang. Sag mal, die einfachsten Mechaniken habe ich mittlerweile vergessen, oder was? Ähm, gehen wir mal... Ne, hier lang können wir gar nicht. Ach, hier ist trocken. Ich dachte ja, wäre auch Wasser. Aber hier tropft es nur ein bisschen. Okay, tschüss. Ja, warte mal, sag mir doch mal, wo du bist. Ähm. Ja, ja. Ach da. Ach, danke. Hätte nie gedacht, dass ich überlebe. Krog war hier eingesperrt. Wozu? Das alles war eine echt schlechte Idee. Rankin hat mit dem Feuer gespielt. Sitzt hier sonst noch wer in der Falle? Der Direktor war kurz vor dem Absturz hier drin. Mit dem Ding da draußen solltest du dich beeilen. Ich kümmere mich darum. Warten Sie hier. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Da kommen wir ja nicht durch. Es sei denn, wir finden hier irgendwas... Was wir abschalten können. Wie zum Beispiel da. Ach ja, wir haben doch die Eiskanone mittlerweile, oder? Rauchbombe. Hat uns Freeze nicht die Eiskanone gegeben? Ne. Kann ich denn mit dem Unterbrecher was reißen? Nö. Wie komm ich denn... ...daran vorbei? Kann ich dann in die Luft jagen? Einfach mal in die Luft jagen. Oh. Ähm... Ne. Das wollte ich gar nicht. So wollte ich. Da komme ich nicht durch. Aber wie denn dann? Ähm... Ne. So. Kann ich denn mit dem Distanz-Hacking-Gerät... Sogenatt Datenverbindung. Okay. Da komme ich nicht durch. Also vermute ich jetzt mal. Und ich habe recht. Ich frage mich nur gerade... Könnte ich da vielleicht ein Dings durchjagen? Einen ferngesteuerten Batering? Tatsache. Na ja, ich lasse ich irgendwann mal raus. So. Ich vermute mal. Hilf mir, Batman! Na ja, gleich. Okay. Hier können wir weiter. Hier ist der Nächste. Danke sehr. Wir müssen gehen, Batman. Sofort. Wailen Jones muss gefasst werden. Dieser Ort soll mit allen untergehen. Hör zu, du! Wie sieht Killer Croc denn jetzt aus? Gehört das so? Nightwing, komm sofort zu meinem Standort. Croc? Er hat den Direktor. Bin auf dem Weg. Ihr wollt doch auch hier frei rauskommen, oder? Ja. So, so. Das ging doch ganz gut. Jetzt ist nicht die Zeit für Sprüche. Wie kommt man denn jetzt hier rein? Ja, dann mach doch mal die Tür auf. Äh, nee. Ach, da ist eine Tür. Die Gefangenen stellen keine Gefahr mehr dar. Sie sind sicher. Danke. Mann! Als diese Zellen aufgingen, dachte ich, ich wäre fällig. Ich muss durch diese Tür. Viel Glück. Dafür braucht man Schlüsselkarten. Zwei Mann Regel. In dem Moment, als der Vogel nach unten abschmierte, sind sie abgesprungen. Glückspilze. Ich werde sie finden. Nightwing, ich suche die Schlüsselkarten. Kümmere du dich um die Überlebenden. Geht klar. Ich checke die Daten, damit wir keinen übersehen. Na, das kann ja wieder was werden. Alles klar. Dann werden wir doch genau das tun. Aber erstmal gehen wir wieder mit schnellen Schritten durch die Tür. Ich habe Zugriff auf das interne Sicherheitssystem. So kommst du auf direktem Weg wieder raus. Sehr schön. Aber... Ich brauche die Schlüsselkarten. Ja, dann hätten wir auch alles viel einfacher haben können. Jau. Okay. Nicht, dass es jetzt hier gleich schon wieder abstürzt. 500 Meter. 400 Meter bis zum Einschlag. 300. 200. 100. Und... Die Wärter von Ironhide sind hier gelandet. Ich sollte die Umgebung absuchen. Okay. Haben wir denn hier irgendwas zu sehen? Auf den ersten Blick nicht. Vielleicht... Vielleicht können wir ja von hier oben was sehen. Oder vielleicht sind sie ja da gelandet. Oh oh. Wollen wir es hoffen. Chinatown. Chinatown. Wie lange schon, Weltmehr. Wie viele Jahre kämpfst du nun schon? Wie viele Nächte hast du in der finsteren Kälte und Nässe auf Dächern ausgeharrt? Wann wollt ihr mir den hier erzählen? Ich kann dich befreien. Wie lange schon. Das ist schon so. Wie wohin? Na? Ah, da kommt noch einer. Das geht ganz schnell. Also, Mann. Sag mal, jetzt werde ich dich aber mal verhören. So, so. Die Rätselstandorte haben wir. Ähm. Dann ist er hier weiter oben gelandet. Ähm. Was? Sorry? Close for Evacuation. Ja. So geht's natürlich auch. Da ist er. So, Leute. So sieht's aus. Alles okay? Ich bin etwas aufgewühlt. Aber okay. Ich brauche Ihre Karte. Das verstehst du nicht. Ich kann dich nicht einfach in den Hochsicherheitstrakt lassen. Iron Heights ist nicht nur... Es ist kompliziert. Croc hat den Direktor. Her mit der Karte. Okay. Aber wenn du drin bist... Wir haben nur unsere Arbeit getan. Ja? Nightwing. Ich hab die Schlüsselkarten. Wie ist die Lage? Ich und Cash bringen alle zurück zum GCPD. Komm zum Schiff, wenn du fertig bist. Croc entkommt uns nicht. Was soll denn das heißen? Wir haben nur unsere Arbeit getan. Hast du Scarecrow's Gesicht von nahem gesehen? Angeblich hat er sich operieren lassen, nachdem er ein mutiertes Krokodil angefallen hat. Wie er wohl davor ausgesehen hat. Na, hübscher natürlich. Ich sag ja nur, wenn er antritt, hat er meine Stimme. Pass auf, Luther tritt nicht an. Und selbst wenn, willst du wirklich, dass so ein beknackter Milliardär das sagen hat? Das, was er über diese meta-umalen Arten gesagt hat, war völlig richtig. Wir sollten Arbeit und Politik trennen, okay? Ich glaube, solche Sprüche gibt es ab und zu wirklich zwischen bösen Leuten. Achso, können wir hier lang? Nö, können wir nicht. Aber wir können runterrutschen. Äh, kann ich einfach rüber? Ne, ich muss mal wieder den alten Seilwerfergedöns abschießen. Das Schöne ist, ich kann jetzt bis zum Ende durchfahren. Nö, nö, nö. Komm schon, lass mich rein. Ich bin das Batman. Mach doch einfach die Tür auf. Ach nee, er ist ja schon weg. Stimmt. Wir wollen den entflohenen, riesigen Menschenfresser ja nicht warten lassen. Genau so ist es. Mal schauen, was das für ein Kampf wird. Okay. Wo geht's denn hier lang? Wir haben das Ziel zu seinem Versteck unter dem Leuchtturm von Founders Island verfolgt. Es wurde während der Festnahme leicht verletzt. Aber wir konnten sofort mit den Tests beginnen. Die regenerativen Fähigkeiten der Kreatur sind bemerkenswert. Oberflächliche Wunden heilen beinahe sofort. Oh nein. Und die amputierte Hand des Subjekts ist bereits wieder nachgewachsen. Weitere Operationen sollen zeigen, ob das Gewebewachstum noch beschleunigt werden kann. Och nö, ne? Menschenfresser sind in vollem Gange. Im nächsten Schritt stabilisieren wir die neu kombinierte DNA. Auf uns wartet noch viel Arbeit. Als Nebeneffekt verändert sich die Physiologie des Subjekts. Möglicherweise als Reaktion auf ein Trauma. Die Sedativer verlieren ihre Effektivität. Eine Terminierung muss leider in Betracht gezogen werden. Was zum Teufel? Der Direktor hat an Krog und den anderen Versuche durchgeführt, um sein Leiden als Waffe zu nutzen. Krog will sich... Mann. Was die hier abgezogen haben mit den Häftlingen, mit Krog. Mistkerle. Sie müssen direkt voraus sein. Ich gehe durchs Bodengeter. Wir sehen uns dann drüben. Es wurde während der Festnahme leicht verletzt. Aber wir... Was für Idioten. Erfoltern sie Killer Krog. Das geht ja wohl nun mal gar nicht. Was?